Der Stromspeicher gibt dem Besitzer die durch Solarzellen produzierte erzeugte Energie zurück. Durch den stromerzeugenden Prozess wird die Umwelt nicht belastet. Auch belastet der Stromspeicher die Umwelt nicht und produziert einen sauberen Ökostrom. In warmen Sommern nutzt man zu 80% das externe Stromnetz nicht. Und so braucht man auch nicht auf die natürlichen Ressourcen zurückzugreifen. In den Sommermonaten gibt man einen Großteil der Energie ins externe Netz ab, so dass man an etwas kälteren Wintertagen den Zucker wieder reduzieren kann. Das macht Sie weitgehend unabhängig vom externen Stromnetz und so verbrauchen Sie Ihren eigenen Strom. Ihr ökologischer Footprint wird so deutlich reduziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017